Welche Geburtsjahrgänge können im Dezember 2023 erstmals in eine Altersrente gehen oder genauer gesagt eine Altersrente beziehen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24. Das Jahr 2023 neigt sich mit ganz großen Schritten den Ende. Wir haben jetzt Mitte November 2023 und es stellt sich natürlich da auch immer die Frage, welche Geburtsjahrgänge können denn im Dezember 2023 eine Altersrente beziehen? Ich habe die Altersrente für langjährig unter Tage Versicherte einfach mal außen vor gelassen. Das ist eine ganz spezielle knappschaftliche Altersrente in Anführungsstrichen, die in Deutschland vielleicht fünf bis zehn Leute im Jahr bekommen können. Die lassen wir mal völlig außen vor. So, beginnen wir mal wieder mit der Regel Altersrente und ich habe für Sie eine kleine Folie vorbereitet. Da können Sie das dann auch noch mal später ein bisschen nachlesen. Vielleicht macht es mal noch ein bisschen kleiner. Ja, ja, nee, geht leider nicht anders. Also so haben wir es vielleicht in der richtigen Position. Also, die Geburtsjahrgänge, die im Dezember 2023 in die Regel Altersrente gehen können, sind hier aufgeschlüsselt. Also, das ist der Geburtsjahrgang vom 2.12.1957. bis zum 31.12.1957, die am 1.12.1923 erstmals diese Rente beanspruchen können. Wer zum Beispiel am 1.1.1958 geboren wurde, also einen Tag später als am 31.12.1957, der kann erstmals zum 1. Januar 2024 in die Regel Altersrente gehen. Die Regel Altersrente nennen wir auch ganz gerne mal die reguläre Rente. Diese Rente hat grundsätzlich keinen Abschlag. Sie hat fünf Jahre Wartezeit als Grundbedingung. Fünf Jahre Wartezeit heißt hier fünf Beitragsjahre. Das können Pflichtbeitragszeiten sein, aber auch freiwillige Beiträge oder die im Gesetz genannten entsprechenden Beitragszeiten. Aber Anrechnungszeiten und solche Zeiten zählen dort nicht in die Wartezeit mit rein. Starten wir in die zweite Rente, in die Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Da können ab zum 1.12.2023 die Geburtsjahrgänge vom 2.3.1962 bis zum 1.4.1962 in diese Rente gehen. Und zwar mit Vollendung des 61. Lebensjahres und acht Kalendermonate. Das ist der frühestmögliche Beginn. Dort haben die Leute dann einen maximalen Abschlag von 10,8%. Oh, Entschuldigung, da ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen. Aber das kriegen wir gleich wieder in die normale Position. Genauso ist es. Also hier ein Abschlag von maximal 10,8%. Wir brauchen natürlich noch die 35 Jahre Wartezeit und den Grad der Behinderung von 50. Gehen wir in die dritte Altersrente, die wir kennen. Das ist die Altersrente für langjährig Versicherte. Hier fettgedruckt grün. Da können die Geburtsjahrgänge vom 2.11.1960 bis zum 1.12.1960 erstmals am 1.12.2023 diese Altersrente beanspruchen. Hier dann mit einem maximalen Abschlag von 12%. Und ich brauche bei Beginn dieser Rente eine Wartezeit von 35 Jahren. Analog der Wartezeit für die Altersrente für schwerbehinderte Menschen. In diese Wartezeit fällt de facto alles, was an rentenrechtlichen Zeiten ist, rein. Und last but not least unsere Rente mit 63, die Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Da können zum 1.12.2023 die Geburtsjahrgänge vom 2. September 1959 bis zum 1.10.1959 diese Rente beanspruchen. Diese Rente hat ähnlich wie die Regelaltersrente keinen Abschlag. Also Sie können diese Rente grundsätzlich nur ohne Abschlag erwarten und Sie brauchen eine Wartezeit von 45 Jahren. Meine Damen und Herren, wer am 2.10.1959 geboren wurde, der kann erstmals zum 1.1.2024 die Altersrente für besonders langjährig Versicherte erlangen. Das heißt also, wir haben hier immer nur, da sehen Sie auch, einen relativ schmalen Korridor der Geburtsjahrgänge, die dann zum 1.12.2023 in Rente gehen können. Was kann ich Ihnen noch sagen? Natürlich müssen Sie, um die Rente überhaupt erhalten zu können, ein sauber geklärtes Versicherungskonto haben. Und was ganz wichtig ist, Sie müssen natürlich auch einen Rentenantrag stellen. Ich sage es immer wieder, ohne Rentenantrag keine Rente. Davon gibt es eine Ausnahme. Und zwar, wenn Sie eine Erwerbsminderungsrente beziehen und dann die Regelaltersgrenze erreicht haben, müssen Sie keinen zwingenden Rentenantrag für die Regelaltersrente stellen. Die Rente, die EM-Rente würde dann als Regelaltersrente weitergezahlt werden. Aber das ist eine Ausnahme. Sie merken sich bitte, ohne Rentenantrag gibt es keine Rente. Das ist im Übrigen auch, der Rentenantrag ist eine Anspruchsvoraussetzung. Meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein für den Rentenbeginn Dezember 2023 für die vier klassischen Altersrentenarten. Näheres zu diesem Thema, wie immer, auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. auf in 泰